Der Elsässer hat einen Artikel geschrieben und er ist ganz sauer auf mich, denn er mag meine Videos nicht. Jürgen Elsässer von Kompakt und Kompakt TV mag die Videos von Tobias Hoch nicht und ist sauer auf ihn. Wieso ist er nicht sauer auf mich? Mein Gott, da hat sich für Tobias Hoch, ja eigentlich muss man sagen, einen Lebenstraum erfüllt, oder? Für mich bleibt das noch offen, aber man muss ja immer noch Wünsche und Ziele im Leben haben. Also ich werde das schon noch schaffen, ich habe mich ja stets bemüht, die letzten Monate darum, aber schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, tja, was soll ich dazu sagen? Tobias Hoch hat das schon erreicht, wovon ich immer noch träume. Bis dann. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Bis dahin.